Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen in der neuen Arena Schwerin zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Diesmal Volleyballerste Bundesliga. Der Schweriner SC empfängt den SV Sinsheim und ein kurzer Blick auf die Tabelle verrät. Die Schweriner haben ihr erstes Spiel erfolgreich gestalten können gegen Aurebius Hamburg. Und Sinsheim musste sich 0 zu 3 geschlagen gegen den Dresdner SC. Aber trotzdem liegt ein großer Wermutstropel in Schwerin. Das Pokalspiel Achtelfinale hier zu Hause verlor man gegen Smart Allianz Stuttgart. Und nun möchte man es gut machen gegen die andere Vertretung aus Baden-Württemberg, nämlich gegen Sinsheim. Und wir wollen gucken, ob ihnen das auch gelingt. Deklamatisch, Anissa Bierk! Deklamatisch, Alem Dukas! Deklamatisch, Katrin Armella! Deklamatisch, Deklamatisch, Eunice Gutter! Deklamatisch, Noharts! Deklamatisch, Katrin Vizierhaus! 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 10 12 13 13 13 14 13 13 Meine Damen und Herren, die linearen Läden, die Stoffen an sich und die Stoff. Die Stoffe sind ein paar Worte, die nicht nur so lange an sich. Jetzt ist es. Wir haben jeden Tag noch. Wir haben heute ja auch eine Worte, die Madsen, die Haka-Mei, Florian N Зд. Mit der Liga Eier vom S.S.C. Mit der Nummer 9. Herr Müller, Liga Türke. Mit der Nummer 5. Mit der Nummer 5. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Schaus darf er erneut aufschlagen. Schlechte Annahme von Mugelki und es gibt jetzt die technische Auszeit beim Stand von 8 zu 1 für den Schmeriner Sportclub. Und wir sehen das, noch ruhig, noch alles, klare Anweisung, aber ruhig, der Trainer von Sinsheim. Das sieht ein bisschen so aus, als würde er sagen, wenn wir hier den ersten Satz abgeben, dann ist das halt so. Aber wenn wir ins Spiel reinkommen, dann ist auch den Schmeriner hier was möglich. Was auf jeden Fall möglich ist, ist eine gute Stimmung in der Arena, weil die ist sehr gut gefüllt, nicht ganz ausverkauft, aber trotzdem voll und die machen hier einen riesen Alarm. Und bisher haben sie ja auch alle Grund zur Freude. Sieben Punkte Führung für den Schmeriner SC im ersten Satz. Und das geht weiter mit Schaus bei der Angabe. Das war eigentlich gut angenommen, aber da waren sie sich wieder nicht einig, wer da genau hingeht zum Ball. Die Kommunikation bei Sinsheim stimmt nicht. Und der Block war natürlich Katastrophen abgestellt, Adler Robber mit dem Punkt. Der Block kommt da zwar mit beiden Händen noch ran, aber eine riesen Lücke geschlagen dazwischen. Da haben ja noch zwei Leute zwischengepasst, das muss natürlich besser funktionieren. Das war die erste gute Möglichkeit, aber der Block von Anja Brand steht und erneut jetzt rübergehoben die bessere Lösung vom Oersberger. Und Tormann schlägt diese Stange an, die seitlich am Netz oben ran hängt. Da muss sie vorbeischlagen, berühren darf sie die nicht. Punkt für Sinsheim, 9 zu 2. Julia Pruss mit der Angabe jetzt. Schlechte Annahme von Schaus, Punkt für die Mädchen aus Baden-Württemberg.